Na, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hole ich mir deine Karre, dann hole ich mir deine kleine. Schärf dir das gut ein. Konzentrier dich, er hat ne Menge Power, also warte bis er gescheitert hat. Achtung, Streifeneinheiten, wir haben eine Meldung über mindestens einen Flüchtigen-Kurz-Sex-Fahrer, der bereits verfolgt wird. Ich mache alle Flüchtlinge auf den Fahrrad, dann schickt sie den Kumpel ein. Schöneinheiten, die Spannungser sind die einfach nicht gescheitert hat. Ich mache alle Flüchtlinge, also warte bis eine Kumpelerei, die Spannungser sind gut. Die Spannungser sind gut. Spannungser sind nicht nur auswuchs. Ich lasse das Gebiet ab und ich habe ihn verloren. An alle restlichen Einheiten, letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiterhin kurz 6. Hey, an deiner Karre stimmt was nicht. Da ist ein riesen Höhfleck an der Startlinie. Du musst das Rennen schnell beenden, okay? Das ist ein riesen Höhfleck. Oh Mann, hast du dich möglicherweise verfahren? Das ist ein echt schöner Wagen, ehrlich. Schaltung, Instrumente, Lenkrad. Ist das alles nur Show oder gibt es da vielleicht noch was, was ich wissen sollte? Ich werfe gern mal einen Blick unter die Haube. Gute Idee. Ich werde dir sagen, was wir machen. Wir nehmen jetzt einen Wagen, zerlegen ihn mal und checken, ob alles zugelassen ist. Könnte doch sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Lass einen Abschnittwagen kommen. Deine Rennfahrerkarriere kannst du wohl vergessen. Ich werde dir jetzt was verraten. Straßenrennen in Rockport sind Vergangenheit. Ich habe da eine hübsche kleine Überraschung, die euch Jungs sicher einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Und jetzt raus aus dem Wagen. Achtung, Streifenwagen. Einige Einheiten verfolgen mehrere Fahrzeuge, deren Fahrer sich mit Gewalt der Festnahme entziehen. Einheiten im Umkreis vorrücken und Unterstützung leisten. Das nächste Mal hast du nicht mehr so ein Glück. Hübsche Rallyestreifen. Hübsche Rallyestreifen. Hübsche Rallyestreifen. Hübsche Rally Empty. Kontrolle Gamer. Hübsche Rallyстановmusik . WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Noch so ein Möchtegernraser, der auf Zoff aus ist. Warum ersparst du dir nicht den Ärger und rückst die Teile freiwillig raus? Möchtegernraser oder nicht, die Kiste ist trotzdem heiß. Schneller als die anderen hier. Du verstehst von Autos nicht allzu viel, was Schätzchen? Deine Karre hat jedenfalls keine Chance. Ob beim Sprint oder die Viertelmeile. Mein Schlitten macht mit allen kurzen Prozess, der putzt die alle hier. Auch dieser Normalbenzinschleuder. Wirklich? Dann mach schon mal deine Kohle locker. Fünf Riesen. Fünf Riesen! So ein Clown macht mein Junge platt. Was soll der Typ damit zu tun haben? Ich fahr nicht gegen Nobodies. Und von einer Zicke, die hier nur dumm rumsteht, lasse ich mir sowieso nichts sagen. Genau. Das da ist die Nummer 15 auf der Blacklist. Fahr erstmal ein paar perfekte Rennen, bevor du es mit ihm aufnimmst. Danke für den Tipp, Schatz. Also willst du nun oder was? Ich hab ihn. Warum nicht um zehn Riesen? Ach so, du wirst dir voll auftrumpfen, was? Einverstanden. Ja, gib mir die Polizei. Hier sind ein paar Typen, die veranstalten gleich ein Rennen, weil der Schiffswerft. Schick mal ein paar Cops in die Richtung, ja? Am besten auch einen Krankenwagen. Wenn er durch ist mit dir, will ich deine Fresse nie mehr hier sehen. Ja, ich hab ihn. Wir sind gerade mit der Bahn in Richtung anderer Einheiten geraten, könnt ihr den Jungs Bescheid sagen und die Bahn? Wir sind in den Rasern knallhart aus der Felsen. Größt 3, Größt 3! Achtung, Raseneinheiten! Kollegen versuchen eine Gruppe von sehr schnellen Fahrzeugen zu stoppen. Punktzentrale hat diesen Einsatz auf Kine 3 gewählt. Direkt zurück, landen wir jetzt noch Platz! Untertitelung des ZDF, 2020 Was hat der Untergrund denn da ausgespuckt? Mal sehen, wie gut du dich tagsüber schlägst. Was hat der Untergrund denn da ausgespuckt? Was hat der Untergrund denn da ausgespuckt? Was hat der Untergrund denn da ausgespuckt? Mal sehen, wie gut du dich tagsüber schlägst. Was hat der Untergrund denn da ausgespuckt? Mal sehen, wie gut du dich tagsüber schlägst. Was hat der Untergrund denn da ausgespuckt? Mal sehen, wie gut du dich tagsüber schlägst. Du weißt doch, dass du deinen Wagen setzen musst, um gegen einen Blacklist-Fahrer anzutreten, oder? Und genau deshalb riskiert das sonst auch keiner. Ich warte auf dich. Ja, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hole ich mir deine Karre, dann hole ich mir deine kleine. Schärf dir das gut ein. Ey, konzentrier dich. Er hat ne Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Er hat ne Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Das ist wirklich schnell. Erst theo. Aber das ist mein Pass. Machlag das Softính Quonna, also warte, bis er geschaltet hat. Eis firen bis Bell. people after wreckage der EAS Sydney sind in jedes Jahr мире. Ordineąd zến Maker. Auf Sichtkontakt zu einer Gruppe Raser. Sie sind sehr schnell. Ich hoffe, ich kann sie einholen. Alles klar, 10-4. Achtung, alle Einheiten. Wir haben ein Code 6 Objekt, das sich weigert anzuhalten. Die Eintrittsleitung weist alle freien Einheiten an, auf 4T2 umzuschalten und auf Empfang zu gehen. Okay, wir sind hinter ihm. Bestätigen Sichtkontakt zu unserem Code 6. Start das Gebiet ab. Ich hab ihn verloren. An alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6. Hey, an deiner Karre stimmt was nicht. Da ist ein riesen Ölfleck an der Startlinie. Du musst das Rennen schnell beenden, okay? Auf! Danke für die Karre, für dich ist die Blacklist eine Nummer zu groß. Hey, wo bleibt denn die Kohle? Was ist passiert? Der Typ macht doch nur Show, sonst nichts. Sie gehört mir, klar? Und ich werde sie jetzt erstmal richtig einfahren. Hart und mit Vollgas. Hey, Mia, Schätzchen, die Gewinner sind doch hier drüben. Komm, komm, komm! Zum Bus geht's da lang, Chef. Die Undercover-Jungs hatten dich fast. Aber jetzt bin ich das. Hey, wo ist deine schicke Karre? Wen interessiert's? Da, wo er hingeht, braucht er sie nicht. Und die schweren Jungs warten schon auf dich, Baby. Steig ein. Ich weiß, sie konnten dir nichts nachweisen. Naja, ohne Wagen kannst du ja auch schlecht Rennen fahren. Razer hat dich gelingt. Er wollte nur deinen Wagen. Und das Schlimmste ist, er ist Nummer 1 auf der Blacklist. Und das mit deinem Schlitten. Um wieder dabei zu sein, musst du dir einen Namen machen. Rennen gewinnen und Kopfgeld kassieren. Ich hab für dich eine Unterkunft klar gemacht. Aber erstmal brauchst du was zum Fahren. Hey, Ed, hier ist Mia. Ein guter Freund kommt mal vorbei. Tu mir einen Gefallen und hilf ihm. Danke. Du hast was gut. Hey, ich bin's. Check deine Karte. Fahr zu dem Ort, von dem ich dir erzählt hab. Wir treffen uns dort. Ich bin's. Willkommen Arbett-Durk. Das ist eine Übernahme. Wir treffen uns dort. Ich bin's. Du hast es. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Einheiten im Gebiet bitte anrücken Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ... in Position gehen. 2510, 73, der Wagen müsste stattfinden, und er befindet ein ernstes Problem. Bravo 24. Ich übernehme das von ihr. Ich brauche mehr Einheiten für den Einsatz. Schickt alles sofort her! Okay, Roger, Bravo 24. Ich habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Ende unterwegs. Der ist durch die Tankstelle gefahren, durch die Tankstelle. Der Einfachwagen ist ausgefallen. Der Kehrt um! Sind jetzt in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Der Kehrt um! 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 An alle restlichen Einheiten, letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in Richtung Osten. Sierra 1, südöstlich von letzter 20 des verdächtigen 1073 aufgebaut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017